Wenn man... Auch wenn man... Äh... Fünf Leben und volle Power hat, kann man so derbe verrecken wie ich. Aber ich glaube, das kann nur ich. Das kann nur ich. Ah, die erste Welt ist so nervig. Ich muss mir merken, wo immer der kürzere Arm ist, quasi. Das ist schon... Das sagt er für sich. Geht weg. Wow. Wenigstens habe ich Freude an der Asuka perfekt gemacht. Darauf bin ich stolz. Ja, das habe ich schon ziemlich gut drauf. Da frage ich echt, was ist das? Was ist dieses spiegelartige Ding? Okay, wie aber das... Äh... Frühling-Dingsmus wie Suiga... Das ist wieder Millimeter bei der... Ja, das sage ich halt immer wieder. Ist halt so. Gut. Nummer zwei. Oh, jetzt habe ich aber derbe geschlafen. Oh, jetzt habe ich aber derbe geschlafen. Und warum bewegt sie sich gerade so dumm? Ach, egal. Gib her. So. Kann ich immer noch ein extra Leben bekommen? Wow. Ah, Punkte gekriegt. Wow. Punktegeile bringt mich noch um. So, jetzt kommen aber zum Glück die Langsame. Die sind ja nicht so schlimm. Und neues Leben. Ah, viel... Ein Leben nutzlos bei Kanako verschwendet. Das hätte echt nicht sollen sein. Und, meins. Vielleicht kriege ich hier noch was raus. Ja, ja. Kehro, kehro. Bla, bla, bla. So. Plätscher, plätscher, plätscher. Ja. Bei Tor heißt es ja wirklich. Wer rastet, der rostet. Okay. Immer den kürzeren Arm anpeilen. Und schon wieder falsch. Warte mal. Jetzt kommt er rechts raus. Jetzt wieder links. Jetzt muss ich das erst wieder... So. Jetzt geht's. Meine Güte. Jetzt habe ich's. Verdammt. Jetzt war ich zu gierig. Nein, ich will das jetzt noch nicht... Ich will dann ja noch kein Leben verlieren. Alles klar. Zum Glück ist sie da noch nicht so schnell. Mit ihren Spritzattacken. Ich hatte schon Angst. So. Nee. Das ist eine Quälerei. Aber... Nicht unmöglich. Ich krieg das hin. Irgendwann. Ha. Aber diesmal... bleib ich da. Ah. Zickzack-Attack. Ah. Verdammt. Huch. Was war das denn? Oh nein. Dadurch ist jetzt die Reihenfolge anders. Verdammt. Wieso? Fuck. Eingezwängt. So. Aha. Feuer hat sich mein Ding so schön bewährt. Und jetzt greift mich alles und jedes an. Aber ich glaube, ich habe immer noch mehr Leben als sonst. Boah. Und jetzt... Fingerschwitzes Gefühl. Boah! Boah. 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 Ich könnte es riskieren, aber... Boah. Boah. Ja, der Refa. Ich glaube, ich check den. Ich check den schon. Oder auch nicht. Ähm, nö. Den habe ich vorher besser hinbekommen. Lass mich voll attackieren, ist richtig. Nö, nö, nö. Du kriegst mich nicht. Nein. Okay. Jetzt wieder... Das da... Alles reine Geduldssache. Und da ist der quakende Frosch. Der vorne schnall gefressen wird. Nein, zu spät. Wenn die zweite Reihe kommt, muss ich angreifen. So, genau. So, zweite Reihe kommt. Der Marco verschwindet. Der Marco kommt wieder. Reihe verschwindet. Durch. Oh, yeah. So, und wieder... Oh, zickzack Teil 2. Okay, jetzt wird's blind. Native God. Seven stones and... Tweez. Äh, ja. Wie heißen das Ding, äh... Äh... Das sind keines... Jelly Beans. Das... Das sieht aus... Das sieht aus wie jetzt Jelly Beans. Aber es sind schöne Jelly Beans. Alter, ja. Hätte ich was gecatchet, wenn ich mich nicht... Ah, schon wieder. Ah, schon wieder. Da ist ja auch nichts Neues drauf, oder wie. Was Nordspells anbelangt. Native God Foggy Braves the Elements. Was kommt jetzt? Oh, der Regen. Oh nein, das ist 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 der Regen. Okay. Reddiff, Gott. Ich frage in euer Ära. Was? Was? Warte mal. Sie... Oh, das ist... Das ist die eine Doppeltümer-Attacke. Ah, sie... Oh. Das überlebe ich sogar. Wow, wenn auch nur knapp. Super, wow. Das war unfair. Super. Moment. Noch eine? Nee. Warte mal. Noch? Noch ein Überlebensspell? Da kommt was von unten. Äh. Äh. Moment, die waren vorher nicht rot. Sag mal, verpasse ich da grad was? Oder ist das wirklich ein Überlebensspell? Und ich glaub, diese Wellendingsbums werden auch immer mehr. Das gefällt mir. Oh, 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 oh. Oh, oh. Jetzt bin ich, glaub ich, noch nicht so gearscht. Oh Gott, es kommt immer mehr in kleineren Abständen. Klein... Oh, 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 oh. Jetzt kommt alles auf mich zu. Recht habt ihr. Alles klar. Alles klar. Oh, gib das her. Äh. Scoresang, mischa guzschi, sag mal. Oh Gott, ich bin schon mal da la... Lastspell. Ah, das wäre zu schön. Die Spellcard wird 100% noch schlimmer. Und wenn ich die Überkreuzungen übersehe, ist es aus. Oh, da war sogar ein Leg. Der... Der wäre jetzt bitter gewesen. Kommen da jetzt doch andere Sachen dazu? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Haha. Oder wären die einfach nur enger? Tatsache, die wären enger. Ist schon gut, Subako. Ist schon gut. Oh, das war fast... Oh, nee, 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 nee. Verdammt. Komm, komm schon. Ja. 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 Yes. Ja. Ja. Entschuldigung. Dieser... Dieser Freuenschrei. Oh. Ja. Ja. Ich hab's geschafft. Oh. Oh. Alter, war das knapp. Puh. Und wie das knapp war. Oh, jetzt muss ich das mal lesen. Ja. Ja, Rimm übertreibt's meistens immer. Es ging... Ja, es ging die ganze Zeit um ein Festival. Oder dass das nur so Spaß ging. Naja. Ich weiß nicht. Meine Hände sind fast eingeschlafen. Oh, interessant. Oh, Subaku. Will Subaku ihr helfen, damit sie mehr Glauben kriegt? Oh, der Mako-Festival. Das... Nein. Das wird etwas schmerzen. Ja, gehe heim. Ja, genau. Subaku und Kanakos sind ja... ...naja, befeindet kann ich jetzt nicht sagen, aber eher Rivalen. Wo ist... Ja, ich kenne mich da nicht so genau aus. Oh, genau. Da Subaku ja eigentlich der Hauptbesitzer des Moria-Schreins. Ja, logisch. Subaku Moria. Aber naja... ...Kanako hat sich dann besiegt beim Kampf. Warum auch immer. Oder wie auch immer. ...naja... 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 ...oh, schade. Keine zwei... ...äh... ...was sind das? ...200 Millionen. Oh, das ist mir jetzt wurscht. Ja, das... ...das ist mir wert. Äh... ...nö. Nö. Ah, ich... ...ja... ...was ich auch für mich selbst hab. Puh... Ja, das war Toho 10. Ein für allemal. Ach Gott, dass ich das noch schaffe nach so langer Zeit... ...oh... ...puh... ...hätte ich mir nicht gedacht. Tja... ...ja... ...jetzt bleibt mir eigentlich nur noch... Hm... ...was bleibt mir denn noch? Ja, Toho 6... ...Extage und... ...Toho... ...zwölf. Oh ja... ...dann hab ich's eigentlich durch. Und Toho 8... ...unetig, wenn ich mal dazu komme. Ach... Okay, ich hoffe es hat euch gefallen. Mir hat es sehr gefallen. Man hat's gehört. Und... ...ja... ...bis zum nächsten Mal. Euer Gaudiman.